Woche 23 Deinen Wunsch Man bemüht sich um die Umsetzung seiner Wünsche. Die Erfüllung eines Wunsches wird sofort einen weiteren, neuen Wunsch nach sich ziehen. Bhagavad Gita 3.39 Ganz unbemerkt, ohne dass es einem aufgefallen wäre, ist aus der Erfüllung dieses einen Wunsches bereits die Unerfüllung eines nächst anstehenden Wunsches geworden. Man hat seine Unzufriedenheit nur verlagert. So arbeiten die unendlichen Ketten von unerfüllten Wünschen, die nichts anderes tun, als sich in dem Moment, wo ein Wunsch aus dieser unerfüllten Kette scheinbar erfüllt wird, auf eine neue Ebene verlagern. Diesem Spiel der unerfüllten Wünsche ist man lange aufgesessen. Wenige durchschauen dieses Spiel. Es ist das Spiel der Versuchung. Man betrügt sich selber um die Freiheit, die einem zustünde und leidet an der Unerfülltheit seiner eigenen Wünsche. Das ist doch umso erstaunlicher, als dass der unerfüllte Wunsch ja schließlich vorgibt, aus dem Leiden herauszuführen, nämlich dann, wenn Ehe erfüllt würde. Merkwürdigerweise jedoch passiert das nicht. Jedenfalls nicht vollkommen und beständig. Da es nicht vollkommen und beständig geschieht, liegt es an mir und meiner Konsequenz, diesen Wunsch aufzugeben oder ihn künstlich aufrechtzuerhalten. Was eben fast alle Menschen tun, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass dieser Wunsch nicht zum Ziel führt und niemals dorthin führen wird. Man will die Tatsache nicht zulassen, dass im Loslassen des egozentrischen Wunsches mehr Freude in eruht als in seiner Erfüllung. Der Geist ist aber voll mit unerfüllten Wünschen. Sie werden ausgelebt, um die Erfahrung zu machen, dass es das nicht war. Dann gehe ich zum nächsten Wunsch, um genau die gleiche Erfahrung wiederzumachen. So vergingen Hunderttausende von Leben, bis ich in meiner Tiefe erkenne, dass es gar nicht viele Wünsche in mir gibt und niemals gegeben hat. Es war nur meine Blindheit, die mir das vorgaukelte. All die vielen Wünsche waren nur Ausdrucksformen des einen Wunsches, der Beziehung zu Krishna, des intensiven Seva, des hundertprozentigen Ihm-Ergeben-Wollens. Es ist der Wunsch nach Friede, Ananda, Ewigkeit und Erkennen. Aber Schichten über Schichten falsche Hoffnungen überdecken diesen einen Wunsch, dass ich nicht einmal Fühlung mit ihm hatte. Es ist eine erstaunliche Oberflächlichkeit. Ich verschwende so viel Zeit und Energie, Wünsche auszuleben, von denen ich mir etwas verspreche, was ich aber nie bekomme. Es war ein Rennen nach einer Vater Morgana. Und Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende vergingen, bis ich die einfache Erkenntnis im Innersten zuließ, Dass es immer nur einen einzigen Wunsch gab, der mich antrieb, in all meinen Handlungen, im Fühlen und Denken, in jeder Geburt und jedem Tod. Wenn dieser Wunsch, freigelegt von der Oberflächlichkeit des stumpfen Lebens und freigelegt von allen Irrtümern, wieder im Herzen auftaucht, Entdecke ich, dass mein Wille sein Wille ist. Und wenn sein Wille mein Wille ist, gibt es mich, wie ich mich bisher kannte und vorstellte, nicht mehr. Und ewige Identität beginnt hindurchzuleuchten.